Hallo meine lieben Minecraft-Freunde und willkommen zu meinem neuen kleinen Display hier, in dem ich mal gleich mein neues Headset testen werde. Ja, und ihr könnt dann runterschreiben, wie die Qualität gerade ist, also wo ich gerade reinrede in mein Mikro. Und ja, wir fangen einfach mal an mit der Welt. Hallo YouTube, hallo, 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 hallo. So, Welt wird geladen, Landschaft wird generiert. Ich habe schon jetzt eigentlich keine Lust mehr, weil ich habe jetzt dreimal aufgenommen, dreimal eine 20 Minuten Folge Minecraft, genau das, und habe es immer verkackt, immer es irgendwas schiefgegangen. Und deswegen habe ich eigentlich schon die Hoffnung verloren, dass ich es heute noch schaffe, aber ein Versuch noch, ein Versuch noch. Ach, komm schon, hau dich mit Wolle kaputt. Mit Wolle. Mit Wolle. So. Ja. Na, 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 na. Okay, drei Wolle, mehr brauchen wir nichts. Und los geht die Reise ins Ungewisse. Dum, dum. Ja. Okay, vielleicht auch noch. So. Jetzt reicht's aber. Jetzt gehen wir mal zum Bäume abbauen. Und, ja, Bäume verprügeln, was man in Minecraft eben so tut. Scheiß, ich wechsle die ganze Zeit unten das, was ich benutze. Komm schon. Stirb. Stirb, Holz. Stirb. Scheiß, Holz. Stirb, du Scheiß, Holz. Ich kann nicht so reden. Also, ich kann's aber mit Halsschmerzen. Schlimmheitsschmerzen. Ich merke gerade, dass meine Tür auf ist. Die sollte ich zumachen. Sonst kommt da nur was Lautes durch. Und ich glaube, dass hier irgendwelche Hintergrundgeräusche wollt. Aus der Musik. Ne, jetzt ernsthaft. Ich bin mal kurz weg. Bin ich wieder da? Ja. Ja. Bin ich wieder da? Also, weiter geht's. Autsch, Autsch, Autsch. So. Hier sieht's ja schon mal ganz toll aus. Hier könnte ich dann irgendwann mein Häuschen bauen. Wir suchen uns jetzt erstmal einen kleinen Platz, wo wir, äh, mein Häuschen bauen können. Also, wo ich mein Häuschen bauen kann. Und wo ihr dann zuguckt. Weil's euch Spaß macht. Sonst guckt ihr ja nicht zu, oder? Ihr guckt ja nicht zu, weil's euch keinen Spaß macht. Also, ich find's lustig. Ich guck immer wieder gern Let's Plays. In meiner Abo-Box seht ihr ja die ganzen Leute, von denen ich immer wieder mal gern Videos sehe. Und auch ein paar Channels von meinen Freunden. So. Wieso soll ich immer... So, so, so. Aber so bin ich halt. So bin ich halt. Haha. Ach, lustig. Ich warte, bis ich mit meiner superlangen Hand Bäume verprügelt hab. Und das reicht, glaub ich, auch fürs Erste. Jetzt gehen wir nach da. Voll die genaue Angabe, oder? Nach da. Ein paar... Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. Ein paar Schafe will ich noch. Und damit das schneller geht... Oh, Inventur. So. Oh, mit dem könnte ich ja gleich... So. Äh, so, so, so. Seht ihr schon wieder, seh ich's? So, so, so. Ähm, dann muss ich mir ein Schwertchen braun. Schwert. Eine Spitzhacke wäre auch ganz gut. Ich zu verwechseln mit einem Eispickel. Und das reicht jetzt fürs Erste. So, kaputt hauen. Und kaputt hauen, kaputt hauen! Das geht hier mal nicht an, ey. Die blöden Schafe hört aufzumähen. Ich mehre euch selbst an. Ich mehre euch... Okay. Hä, 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 hä. Überschwemmung! Ja, toll. Äh, ich weiß nicht warum, aber mein CPU, ne, Datenträger, wird stark belastet, äh, stark beansprucht durch Java, TN. Also, durch Minecraft. Egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Ähm. Ich will da nicht runter. Alter. Äh, egal. Ist mir egal. Wenn ich da runterfall bin ich tot. Aber scheiß drauf. Ich hab da unten Eisen gesehen. Dann können wir uns gleich mal ein bisschen ausrüsten hier in Minecraft. Ohne Eisen ist man in Minecraft verloren. Äh, in meinen anderen zwei Aufnahmen, in meinen anderen drei Aufnahmen, äh, in der ersten Bild, die war eigentlich ganz gut, aber da war alles scheiße. Und dann in der anderen Aufnahme, also in den zwei Aufnahmen danach, bin ich erstmal unter Wasser gespawnt und fast gestorben. Bin mit, äh, hab ich schon Leben verloren beim Hochschwimmen, weil ich so weit unten gespawnt bin. Ähm, was ist dann noch passiert? Äh, es waren nur Inseln. Ganz kleine Inseln, immer nur. Dann bin ich mit dem Boot gefahren, erstmal bis vier Minuten, bis ich mal wieder eine Insel gefunden hab. Die war aber wieder zu klein, also gut, dass ich die Aufnahme nicht verwende. Und jetzt zeige ich euch, warum sie schiefgegangen sind. Tada! Ich hatte mein Mikro aus, vom Headset. Wie dumm war das? Hab ich's wieder aus? Ich guck mal kurz, ob ich's angemacht hab. Ähm, Nö ist an. Nein, da unten ist Kohle. Kohle! Für die Kohle. Und für Eisen. Eisen ist wichtig. Ich will Eisen. Yeah! Ist mir Eisen. Eisen. Ist mir Eisen. Eisen. Das ist mir vollkommen Eisen, was du da sagst. Du bist und bleibst Eisen. Das ist mir vollkommen Eisen. Ich meine das voll Ernte, Leute. Voll Ernte ist mir das. Mir ist voll Ernte, dass es Mannbärschwein gibt. Ich mag es auch. Ich habe vergessen, dass ich er. Überlebensmodus bin. Scheiße. Ihr Schweine tut mir nichts. Nein, hör auf. für sie die Karte die Karte ja zu viel andere kein Spalt der die folgte untergeht wie sieht sie hier aus das ist die gleiche Höhle aber hier kann ich hin das wolle da bin ich gegen ein Mikro gestoßen oh nein, oh nein, oh nein, oh nein tu mir nichts ah, nein ich kann nicht sehen Kraft in mir erst mal ein bisschen Stuff ah, ich hab'n, äh, Pfeil im Kopf egal ich bin Spuzzles, mich stört sowas nicht so jetzt mach' ich mein System fackeln am Boden und dann find' ich wieder raus oh, ähm so fackeln am Boden und schon ist alles gut und schön viel Eisen dann ist alles noch besser Eisen ist gut Eisen Eisen ist gut Eisen Eisen ist gut Eisen immer am Boden und in kleinen Höhlen-Dingern wo ich ein äh, also da wo's zum Ausgang geht immer am Boden da wo's nicht zum Ausgang geht ähm, eben nicht am Boden okay hole äh scheiße, scheiße, scheiße ich hab' nichts zu essen ich bin so tot so tot 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 okay, erst mal ganz vorsichtig das Zeugs hier abbauen ganz vorsichtig vorsichtig ach, Kohle mein Lebensretter boah boah äh ich bin Kohle geil in Minecraft da 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 ich brauch' Essen ich hab' Hunger Trugger was zur Hölle leer da ist es leer es reicht jetzt mal an Kürbissen weiter geht's ich brauche Essen ich hab' Hunger ey, gib mir mal was zum Essen ey, lass mir was zum Fressen rüberwachsen, ey und ein Bier wisst ihr, wer ich war? ich auch nicht ah, 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 ah und es wird Nacht das war so klar ich kann noch schlafen, oder? ja aber ich bin nicht auf Pussy Mode also oft friedlich mein' ich mit Pussy Mode egal, ich baue mich erst mal im Bett ging das mit 2 oder ich glaube, mit 3 oder ich glaub' so voll seltsam, dass man das Bett so baut und nicht so ich find' so was viel besser so was besser aber egal ich schlafe jetzt schlafe ich erstmal ja ja gute Note ja 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 verdammt und ich hab hunger ohne ich suche essen ich suche essen manchmal frage ich mich wo die logik von minecraft los hängen geblieben ist mit einer mit holz holz kaputt hauen mit einer holz axt holz kaputt hauen und das auch noch schnell ich hab leider keine karotten ich kriege ich von Leder eigentlich Leder man kriegt ja nicht immer Leder man kriegt nur selten Leder oder war das von Pferden oh ich hab irgendwas gekriegt Entschuldigung war mit Absicht aus Kindern kommt leider noch nichts Jupp zwei Leder habe ich warum bringen Kühe eigentlich mehr Leder als Esel oder als Pferde wäre das nicht in echt andersrum ja oh ne Kuh Essen Essen ich hab nur noch ein halbes Herz ne ich hab nur noch einen halben Hungerbalken nein jetzt muss ich auch noch schwimmen und ich bin so entkräftet da Scheiße meine Hunger nein ich krieg schon Schaden wegen Hunger ich muss gar nicht dass es geht hu stirb okay so schnell wie nur nein nein scheiße ich hab auch nicht mehr genug äh Dingensbummens um ein Dingensbummens zu machen oh nein ich brauche schnell ein bisschen Dingensbummens Stein 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 ich brauche unbedingt einen Ofen ich bin so nah am Tod ich habe eine Nahtoderfahrung und sie hört einfach nicht auf schnell 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 nein schnell schnell nicht langsam schnell nicht langsam schnell sagt er ich genau hat ich ich mach ich Nr. 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 Insofern und ich habe sogar noch den Kündigte auch Eisenerz Jupp Na endlich ich kriege wieder Leben langsam Juhu Ok nicht so viel Krone ich verbrauche erstmal drei dann gehe ich hier wieder weg Huff wie knapp war das denn ja und ich würde sagen nach dieser schrecklichen Nahtoderfahrung beenden wir die Folge mal oder ja ich beende die Folge jetzt mal es ist schon sehr spät ich bin müde aber ich werde nochmal noch eine Folge aufnehmen vielleicht jedenfalls nach dieser Nahtoderfahrung wie ich gerade gesagt habe beende ich die Folge jetzt bis zum nächsten Mal ich hoffe ihr schaltet wieder ein wenn es heißt ich verhungere Spuzzles der Verhungerer und oh ein Schafarsch oh ich war eh nie also bis zum nächsten Mal Tschüss Leute und Autsch Ciao Tschüss